So, was Leute, zurück zu Let's Play Core Keeper. Ja, seit dem letzten Mal ist wieder einige Zeit vergangen und wir haben in Azios Wildness, glaube ich, geendet. Prinzipiell dort oben haben wir ein neues Gebiet entdeckt und ja, schon einiges davon angeschaut. Azimari ist hier schon gestorben, hier gibt es ein paar nette Sachen und da gibt es auch ein nettes neues Erz. Wir haben schon ein bisschen davon gemacht, wir haben zumindest jetzt jeder eine Pickaxe, ich habe mir sogar eine angelnden Rucksack gemacht. Crazy, nicht wahr? Genau. Ich will auch in den Rucksack. Wieder mit am Start des Azimari und BCR-Doc. Ja, wir haben keine Ressourcen mehr für den Rucksack. Können wir überhaupt noch irgendwas machen? Weiß gar nicht mehr, was kostet denn der Rucksack? Wo ist der? Da ist der Rucksack. Ah, der kostet 10. Wir haben 5. Haben wir keine mehr, ne? Nein, in diesem komischen Ofen waren wir noch welche, ne? Da sind noch 8 Stück drin. Na dann, dann können die. Ja. Wo sind die anderen 2? Haben wir nur einen Schmelzofen? Krass. Nee, achso, den 2. meinst du? Haben wir nicht den 2. ja. Wo wir Gold und Dicken drin machen? Da haben wir, glaube ich, nur einen. Okay, na gut. Den Händler versuchen wir jetzt in diese Wohnung zu bekommen. Wenn er mal da drin ist, müssen wir unbedingt die Tür schließen, weil dann ist das Problem mit den Händlern gelöst, weil die gehen nicht durch Türen durch. Das ist meine Lösung um das Problem, was ich ja schon in einem vorigen Part mal angesprochen habe. Dass das nervig ist, dass die hier dauernd rumlaufen. Ich habe leider mich noch nicht getraut, sie einfach mal tot zu prügeln. Ich weiß nicht, ob sie da einfach... Wo war denn jetzt eigentlich das restliche, äh, Scarlet? Ich habe jetzt nur 8, äh, Rostel. Hier, 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 hier in der grünen Kiste. Ah. Ah, seht's. Ja, wir müssen uns wieder ein bisschen dran gewöhnen, was hier war, wo ist. Und, was auch ganz cool ist, ein Osterevent wurde gestartet. Also, das Spiel hat das erste In-Game-Event bekommen, nämlich Osterevent. In allen Gebieten, soweit ich's verstanden habe, gibt's jetzt Eier zu finden, unterschiedlicher Farbe. Also, in jedem Gebiet gibt's eine andere Farbe. Also, wir müssen tatsächlich mal in alle Gebiete. Aber das habe ich auch heute vor, weil ich möchte Drills bauen und überall die Ores abbauen. Deswegen müssen wir uns... Erkern, wo bist du schon hin? Bist du schon? Der ist schon oben am Farmen. Frech. Wir brauchen Scarlet. Ich brauche erstmal einen Platz, wo ich die ganzen Sachen hier verstauen kann. Ah, das ist doch gut. Das Geld und der Crystal... Wobei, der Crystal-Skull-Shard ist wieder etwas dafür. Wo war das Geld drin? Das will ich mir geben. Hier, haben wir einiges. Wir haben auch eine geringe und... Craft Clear Gemstone. Ah, wir hatten doch, glaube ich, auch mal so ein Handle für ein Schwert mit dem Clear Gemstone. Es gibt anscheinend ein paar Craft-Items, die eine Megawaffe vielleicht oder sowas in der Art zusammenbegeben. Naja, man weiß es nicht. So, wir gehen nach oben und versuchen... Ja, doch. Und versuchen dort ein bisschen Scarlet zu farmen. Basti, wenn du bereit bist, komm einfach mit nach oben. Oder mach was anderes. Kannst du natürlich auch was anderes gerne machen. Ich suche gerade noch, wo ich die Dreckkiste finde. Die Dreckkiste. Du kannst immer eine neue Kiste craften und dann einfach... Ja. Oder schmeiß es einfach in irgendeine Zeit. Ich wusste gar nicht. Ich konnte mich gar nicht mehr daran erinnern. Es gibt auch Gold oder... Ja, das will ich auch mit dem Drill bearbeiten. Magst du? Evan, kann es sein, dass du auf dem Weg ein bisschen wütend warst und alles getötet hast? Oh ja, das müsste Thin sein. Sehr gut, sehr gut. Also Gold, Thin ist auf dem Weg. Sehr gut. Nochmal Gold. Einmal reicht eigentlich. Nochmal Thin. Ach ja, hier sind wir im Thin-Gebiet. Okay. Weiter unten müsste dann irgendwo Eisen, so ein Knoten sein. Und Scarlet. Weil für 10 Scarlet Ore können wir einen Drill bauen. Und der farmt langsam, aber ständig... Oh, das ist ja mies. Langsam, aber ständig und endlich, glaube ich, Erz. Und das ist ziemlich geil. Während man andere Sachen machen kann. Also das gefällt mir nicht, wie hier gebaut wurde. Das muss ich... Das triggert mich. Das triggert mich extrem. Das muss ich neu machen. Ich reiß jetzt die Brücken ab. Der Effan ist verloren. Sei's drum. Hä hä. Hä hä. Ich habe noch kein bisschen Scarlet Ore gefunden. Holz tatsächlich ist wertvoll mittlerweile. Weil ich versuche, mein Crafting Skill hochzuleveln. Und Holz ist eine günstige Möglichkeit. Clay, Claywände und Holz finde ich super. Weil daraus kann man aus einem jeweils was craften. Das ist geil. Ähm, ich habe gerade ein grünes Osterei gefunden. Und ich habe ein graues Osterei gefunden. Auch gut, auch gut. Wir brauchen, glaube ich, von allen Farben mehrere. Hünfe. 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 Ja, genau. Hünfe mit drauf. Aber das heben wir uns für später auf. Erst versuchen wir jetzt dieses Mal, ja, erstmal Skala zu sammeln. Und mit neuen Waffen und neuen Rüstungen zu equippen. Und dann gibt es hier wahrscheinlich neue Bosse. Die wollen wir dann auch legen. Das Osterevent ist etwas, was Schluss... Hätte ich jetzt gesagt. Okay. Ich bin ein Fan von geradeaus, deswegen... Uh. Was ist hier? Ach. Oh, ja, okay. Hm. Das ist hier. Toll. Hier ist Ende im Gelände. Hier ist dieses... Eklige Zeug. Hm. Da wollen wir nicht hin. Ich gehe mal mit zum Effern. Zumindest versuche ich es. Moment. Da oben ist... Scarlet. Schade. Ich dachte, das ist wie... So ein Ork-Clone. Mining-Level ab. Mining-Level ab. Hm, sehr schön. Wow. Was? Erzähl. Berichte. Gegner hinter der Wand. Geil. Geil. Das war knapp. Ich gehe mal davon aus, da bist du entlang und hast den Loot liegen lassen. Das ist schon wieder so ein... Das ist ein tricky Gebiet. Weil diese Zombie-Pflanzen sind nicht ohne. Oh, ich bin ziemlich schnell zu dir vorgedrungen. Scarlet! Du hast den Skill, dass du es leichter siehst, oder? Ich habe den Skill, dass ich mehr droppen kann. Ach, acht Scarlet habe ich. Sechs habe ich. Okay. Dieses Giftgebiet ist garstig. Da kommen wir auch nicht durch. Nicht mal mit den Scarlet spitzhacken. Das ist krass, eigentlich. Oh nein. Ne? Ups. Fackel. Hm. Scarlet! Ach. Die Musik hier in dem Gebiet, finde ich... Irgendwie... Finde ich sie nett, aber auch... Siehst du noch irgendwo? Oh, ich sehe nämlich keins mehr. Nee, aber... Da kommt doch welches, aber weitermachen. Ja, nee, hier ist überall... Oh, das ist ein Farmer. Das ist Farmer Joe's. Oh, das erinnert mich an früher. Da gab es Papa Joe's. Warum komme ich da auf Papa Joe's? Papa Joe's Chips und sowas. Kennt ihr die noch? Die gab es früher im Lady, glaube ich. Ja, jetzt. Günstlich. Gibt es Lady eigentlich noch? Der Lady. Ein grünes Eistereck. Green Eistereck. Oh, die Farmer platzieren diese bösen Pflanzen. Ich habe gerade gesehen, wie er eine platzierte hat. Na ja, da guck mal. Farmer. Mach an. Der Lady, das war mein Untergang. So günstig konnte ich da Chips kaufen. Bevor der Lady bei uns aufgemacht hat in der Ortschaft. Oh, schon wieder Tinor. War ich untergewichtig? Man kann es kaum glauben. Heutzutage. Zumindest so. Ich kann mich echt dran erinnern. Ich war irgendwann mal bei meinem Arzt und da hat er so eine Statistik. Also so ein Kinderarzt, der so glaube ich... Hey, das ist eine Kiste. Ja, aber kommen wir überhaupt durch? Nee, hier kommen wir nicht durch. Wir müssen da durch... Was ist mit dem Kinderarzt? Ja genau, bei meinem Kinderarzt, der hat mir dann mal so einen Verlauf gezeigt. Mein Gewicht über die Jahre. Ich war total untergewichtig als Kind und dann... Ja, man konnte sehen, wann sozusagen der Lady geöffnet hat. Und dann konnte ich mein Taschengeld in Chips investieren. Oh Gott. Die guten Papagios. Mehr Glutamat als Kartoffelinhalt. Zumindest lauter Erinnerungen. Ich glaube, ich bin daraus wohl nie gemacht. Jedenfalls wird es so, dass ich davon maßenhaft ist. Ja, tatsächlich. Ich weiß noch. Oder Bischof, könnt ihr euch da noch dran erinnern? Da sind wir früher auch immerhin, um hier für ein paar Pfennige Gummibärchen oder sowas zu kaufen. Ja, da gab es immer so leckere Brauseteile. So Tabletten oder was das war. Bischof war so ein Tante-Emma-Bäckerei-Laden früher. Gibt es den überhaupt noch? Nee, ich glaube nicht. Das war der Vorgänger von unseren Supermärkten hier. Bevor der Lady hier aufgemacht hat, war der Bischof, das Einzige. Das musste einkaufen konnte. Ach, wann ist das? Ich dachte, er hat sich hier durchgebuddelt. Ich glaube, ich will die Kiste haben. Oh, da geht's rein. Okay. Ich glaube, ich habe mich schon da gehört. Ich glaube, irgendwo umdrehen. Nein. Nein, ich bin gestunnt. Ach ja, es gab ein kleines Mini-Update neben dem Event. Mal reinschauen. Und nehmen. Was war das? Mold-Covered Chest. Keine Ahnung. Nee, was denn das war? Ach so. Du hast es genommen, oder? Ach so. Ich habe die Kiste genommen. Ein Schimmelbooster. Oh, das ist nur eine Valuable zu verkaufen. Wo war da nicht drin? Das ist schwar. Das ist schwar. Wobei, je nachdem, Valuable. Oh, das sieht interessant hier oben aus. Die Gegner halten halt viel aus. Auf die kann ich einprügeln. Naja, andererseits. Die kann man einprügeln. Das ist nicht schlecht. Stone Cap. Mold Vane Necklace. Die droppen auch ein paar schöne Sachen. Was haben wir denn hier? Valuable. Oh. Effan, ich habe was für dich. Wo bist du? Weiter oben. Ach ja. Genau. Das Update hat auch was Nützliches gebracht. Nämlich, falls ihr mal merkt, Essen steigert oder euer Leben wird nicht niedriger, wenn ihr Essen nehmt. Also es wird jetzt prozentual angepasst. Heißt, wenn ihr volles Leben nehmt und dann Essen mit Maximum Leben macht, äh, esst, drückt ihr weiterhin Maximum Leben. Hier, das ist was für dich. Feier. Feuer. Moment, hab ich da rote Augen gerade im Busch gesehen? Lol. Da ist ein Dude. In your phrase. Ah, weg ist er. Da ist wieder ein Dude. Hat er so viel steckt? Ich treffe damit. Ne? Guck mal da durch. Also das ist eine schöne Anpassung zumindest. Wow, der schießt der? Ja, ja, der hat eine Muskete. So, ich bin dabei hier, um den, die Sachen hier hinzusammeln. Weil den Cookskill, den würde ich auch gerne. Hat er dich erwischt oder warum isst du oder trinkst du oder wartest du? Okay. Der hat mich dann schon erwischt. Ja. Ich hab ja gewusst, dass der schießen kann. Scarlet, hallo. Hast du die, findest du sie auch überall? Oh ja. Ich bin auch gerade auf einer Scarlet Schohenzel. Na, Kampf geht da eigentlich. Der kann nix. Butterfly. Ach ja, wir müssen, glaube ich, die blauen Federn sammeln, um den... Ah ja. Hier haben wir auf jeden Fall dieses rote... Klumpen roten Erz. Das ist gut. Das ist gut. Blaue Federn können manchmal auch auf dem Boden einfach rumliegen. Also hier haben wir so ein... Oh, Moment. Das Giftgebiet. Giftgebiet ist natürlich auch interessant. Die Giftschleime sind für... Ich glaub, da kann man bessere Potions herstellen. Ich nehm mal das Gift mit, wenn ich den Platz habe. Cave Poach brauchen wir net. Weg damit, weg damit. Weg damit. Die nehm ich gerne mit. Einmal zumindest. Die Zäune will ich net mit. Büsche braue ich net. Lass mal Platz schaffen. So, das braue ich net. Bombe braue ich net. Musik ist aus. Ich hab ein grünes Osterei dreimal. Hab ich net noch ein anderes Osterei gefunden? Oh. Äh, Ostereier hab ich zwei grüne und zwei graue. Ich hab ein braunes noch. Ich dachte, die sind jeweils gebunden an ein Gebiet. Hm, scheinbar nicht. Ah ja, genau. Die Musik fällt mir gerade ein. Die finde ich super. Ja, ich weiß net. Irgendwie... Sie fängt angenehm an und dann denke ich mir irgendwie, bin ich auf Drogen oder irgendwie? Das passt irgendwie auch zur Umgebung mit diesen Giftnebeln und so. Was ich damit sagen will, ich finde sie irgendwie... komisch. Aber auch gut. So, ich brauche die Schaufel. Den Gift will ich haben. Das Gift will ich haben. Wenn man reinläuft, hat man einen langanhaltenden Debuff, dass die Heilung lange Zeit nicht geht. Oder sehr schwach ist. Viel ist hier nicht ein Schleim. Aber naja. Ich hab immer noch den Wunsch, eine Schleimfarm zu bauen. Damit wir bei uns daheim Schleim farmen können. Junge. Du Stern. Wow. Was? Was ist das? Was? Eine Wand mit einem Auge draus. Wo? Ich muss zu dir hin. Wie bist du? Wo bist du entlang? Und es ist unzerstörbar. Ah, ah, ah. Ich hab eine Idee. Ah, ich glaube, ich hab darüber gelesen. Wo bist du? Wo bist du? Ich hab die Lösung. Es ist ein Rätsel. Auf der Karte. Du bist auf der Karte. Ich freue mich. Ich versuche dich zu finden. Speed. Top Speed. Wo bist du? Da bist du. Oh, ich muss mal auf der Pizza gucken. Die ist verbrannt. Dann warte ich so lange und schau mich weiter um. So viel ist da. Meinst du, ich kann hier stehen bleiben, ohne dass mir was passiert? Ja. So, oder? Ich werde diesen Giftschleim nicht extra zu dir hinführen. Also, falls ihr mal wieder eine Erschütterung feststellt hier. Ich suche immer noch einen Megagiftschleim. Oh, da haben wir Eisen. Sehr schön, sehr schön. Eisen wird so dargestellt. Da haben wir das. Rote Scarlet. Da ist ein Farmer. Da war eine Pflanze und gibt es jetzt hier gerade. Nein. Und, ist deine Pizza noch heile? Die ist rau. Nur leicht braun, oder wie? Ja, es ist noch Flüssigkeit dabei. Ja, da muss ich jetzt aber essen. Ja, dann, du musst auch nichts machen. Ich zeig's dir einfach. Moment, ich komme wieder zurück. Schön Holz mitnehmen, weil Holz ist wichtig zum Craften. zum Craften-Leveln. Um's konkret zu sagen. Ach, jetzt ist der Scarlet auf dem Weg. Das muss ich natürlich auch mitnehmen. Damit ich das sehen kann, stelle ich meine Barfuck. So, ähm, schaut das Auge uns an. Ich glaube, irgendwas gelesen zu haben, wir brauchen... Moment. Ha, eine Glüh-Tulpe. Die muss man einfach hier halten und dann geht es auf. Oh, Kudelfärber. Ja, und das sind halt kleine Räume mit Loot. Ja. Oh, du brauchst so ein Teleport. Rashes. Oh, ich habe eine goldene Sede. Oh, eine Chip-Blade. Ah. Jetzt hätten wir bloß den Schaft noch zusätzlich. Ach, ich bin eh voll. Hm. Aber nicht voll. Ja, dann geh doch zurück und ess erst mal. Ich geh zurück. Genau. Ich erkund hier weiter. Basti, wie geht's dir da drüben? Ich geh auch gleich mal zurück. Ich sammle noch ein bisschen... Ich finde immer mal wieder ein bisschen... Sehr schön. Und... Tatsächlich an Scarlet habe ich jetzt... Ich habe jetzt eher irgendwie alles eingesammelt, aber Scarlet... Dafür habe ich jede Menge Scarlet-Adern gefunden. Eine reicht vollkommen, glaube ich. Vorerst. So, was haben wir hier? Wo ist... Ach, da unten ist das Ding. Ach, das ist crazy. So ein Gift-Gebiet gemerged mit so einem Gärtner. Sachen gibt's. Aber keine Scarlet zu sehen. Also ich habe jetzt 20 Scarlet. Das ist gut. Das reicht nicht mal für ein Rüstungsset. Ich habe noch ein paar mehr. Naja, was heißt mehr? Ich habe 15. Also ich bin jetzt auch noch nicht so topf. Dafür, dass du gesagt hast, du hast nichts eingesammelt, hast du irgendwie mehr als ich. Ich dachte, du hast 20. Ich habe 15. Ja, Evan hat 20. Ich habe 15. Ach schon. Nein! Pflanze! Stirb! Zahnrad. Hm, Zahnrad ist was Gutes eigentlich. Äh, das Cafling-Bread braucht kein Mensch mehr. Ich brauche... Wofür? Um in der Base immer was reizen. Ich habe genügend anderes Essen. Dann esse ich halt den Britten. Du kannst auch mal während du daheim bist äh, wieder farmen. Wenn ich zurück... Ja, ich esse... Ich esse jetzt erst mal die Pizza und verkaufe ich. Und dann... Jep. Wie das? Das kann man verkaufen. Kann man verkaufen. Werden stellen... Ah, braucht kein Mensch. Wir brauchen Kohle, Geld. Braucht man... Hier gibt es so vieles. Holz brauche ich. Jede Menge Holz. Holz und Claywalls. Ich weiß gar nicht, wo Claywalls sind. Claywalls sind, glaube ich, die von den Larvengebieten. Oh, ein Green Easter Egg. Sehr schön, ja. Wir brauchen die Eier. Eier, wir brauchen Eier. Eier, wir brauchen Eier. Genau. Oh ja, hier... Hier haben wir doch mal wieder ordentlich Scarlet. Was ist das? Äh... Root Seed brauchen wir nicht. Balloonsport. Na gut. Na ja. Wenn es sein muss. Ich habe eigentlich da... Ich bin gefunden. LOL! Wurde ich jetzt von zwei Gärtnern gefokust und angegriffen? Ich brauche Healing Potions. Zwei Gärtner sind in meine Höhle einfach reingerannt und haben mich angegriffen. Das hatte ich jetzt... Bin ich hier in der Nähe von irgendwas? Dass ich direkt... Hä? Das habe ich jetzt nicht verstanden, was ich hier gemacht habe. Oder wie das sein kann. Habt ihr gesehen? Gerade hatte ich zwei Scarlet Ore da stehen. Also manchmal habe ich... Wie hoch ist meine Chance? Ich habe mal schnell einen Mining Skill. 20% Chance, dass ich doppelt das Scarlet Ore bekomme aus so einem... Teilen. Wie hoch ist dein Mining Skill? Ist schon. Wie? Wie hoch ist denn dein Mining Skill? Ähm... 47. Hm. Wird nicht mehr. Das ist ein Welle. Leute, ich habe gerade eine Ausgabe jetzt nicht. Das heutige Töne. Du hast deinen Magen gefüllt. Nee, ich habe den Dintler eingesperrt. Ja! Freiheit! Äh, ich meine... Gefangenschaft! Die Musik geht hier aber auch voll ab. Also voll laut. Ja. Ja, okay, jetzt verstehe ich, warum ich angegriffen werde von dem Gärtner. Ich habe gerade seinen Garten abgefarmt. Oh ja, das habe ich auch gemacht. Bei mir ist keine. Mechanical Arm. Valuable. Äh... Äh... Ich nehme lieber die Paprikas. Moment, was greift mich da an? Ah! Eine Stunpflanze. Ekelhaft. Äh... Äh... Jetzt muss ich echt überlegen, was... Ah ja, so, okay. Diese Wände sind Schrott. Ähm... Jetzt haben wir schon wieder so ein blödes Schuss. Es gibt... Hä? Warum... Achso. Na, tatsächlich nehme ich mit. Durch die... Ja, Zahnräder bräuchte ich noch mehr, weil dann könnte ich viel, viel mehr Teleporten bauen. So. Schönes, Geil. Davon kann man nicht genug bekommen. Oh, Mist. Da wird... Läuft, hier komme ich durch. Ah, verflucht. Nein, da will ich gar nicht durch. Ich finde, die Musik hat irgendwas Verzauberndes. Und sie ist zu laut. Ja, da ist... Ach, wenn der sich umdreht, sieht man den kaum. I understand. Weil sein Rücken grasartig aussieht. Freeze. So. So. Farming. Oho. 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 Pickaxe hält noch ein bisschen. Sehr gut. Ja. Was für eine juicy Ader. Die... Was ich auch festgestellt habe, die Glow-Tilpets, beziehungsweise Essen daraus, kann man für voll viel Geld verticken. Habt ihr eigentlich ein paar blaue Federn gefunden auf einem Weg? Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, ob da irgendwo blaue Federn rumliegen. Ich habe leider... Ich habe auch... Nein. Weil ich glaube... Ich kann einiges verkaufen, glaube ich. Ja, das bietet Sicherheit. Vier Stück habe ich nicht so. Fehlende Zickstuhl. Richtig. Da... Da sind ein paar Gegner. Klägerei! Klägerei! Sehr gut. Hab sie alle weggemacht. Okay. Nein, das... Oh, nein. Ich wurde von der Pfanzer gepackt. Komm her. Die sterben. Sehr gut. Ein Osterer hat er fallen lassen. Sehr gut. Ach, äh... Auch noch ein Hinweis, den ich... Ach, verdammt. Ich bin reingelaufen. Auch noch ein Hinweis, den ich gelesen habe... Oh, Zelt. Kann man das abbauen? Damit. Ich lasse mich zu sehr ablenken. Moment. Was ist das? Was ist das? Ah. Ähm. Ein Hinweis, den ich... Hm. Was sag mal, das war. Ich habe vergessen, was der Hinweis war. Oder worauf ich ihn auswollte. Ich wurde zu sehr abgelenkt. Es tut mir leid. Vielleicht fällt es mir noch ein. Haha. Geld. Gibt mir Geld. Der greedy... Ach so, jetzt fällt es mir wieder ein, der Hinweis. Ähm, der Hinweis war, ähm... In jedem Biom gibt es andere Fische zu fangen. Das wusste ich zum Beispiel noch gar nicht. Ist mir noch nie aufgefallen. Die Geldkiste ist, glaube ich, in unserem Schlafzimmer. Können wir mal eine Pizza-Esserei da raus bleiben? Ne, man hört sie auch kaum. Nö. Solange du nicht auf einmal anfängst, massiv zu schmatzen, hört man es, glaube ich, kaum. Der EFAN ist... Äh, wie heißt denn Pizza nochmal? Gustavo Fricken oder so. So, Werbung gemacht. Äh... Bank... Bankverbindung von EFAN. Hoffentlich vergesse ich nicht einzublenden. Wenn doch, dann Pech gehabt. Sehr nice. Wenn man diesen einen Händler da anspricht, dann klingt das so, als würde man ihn an der Gartenkliniken. Ne, der andere... Tja, wer weiß... Ich weiß ja nicht, was du mit ihm machst. Äh, ich weiß ja auch nicht. Job voll viel schreckt. Ich hab mal elf Grabsteine verkauft. Jawohl. Weg mit dem Zeug, das braucht man nicht. Glaube ich zumindest. Also ich wüsste nicht verursachen. Was ist das? Hier sind Brunnen. Okay, das ist cool. Ein Stück eines Tempels oder wie? Gold, das ich nicht mitnehmen kann. Das ist... Irrelevant. Weil wir eine Goldader in der Nähe haben. Hier haben wir wieder Zinn. Krass. Also so viel Zinn. Tatsächlich ist Zinn sehr nützlich, weil daraus kann ich Gleise machen. Mit Gleisen können wir dann super schnell fortbegehen. Allerdings steigern wir dadurch unseren Running Skill nicht mehr, was auch ein bisschen schade ist. Aber meine Crafting-Skill hab ich ja deswegen hochgepusht, um viele Gleise bauen zu können. Dann kann ich vielleicht pro Craft zehn Gleise... Schon wieder, du. Aha. Okay. Waffel Scarlet hab ich. Naja, 99. Ist doch schon mal ne Anzahl, nicht wahr? Allerdings, ja. War es dann wieder schon wieder möglich? Skill-Ton. Skill-Ton. Ja, der Wegs-Worx-Table. Nein. Nein, hab ich nicht. Aber ich glaub, die 20% ist falsch. Also ich glaub, ich krieg häufiger Doppeltes. Oh, so ne... Dann hast du ja rein zufälligerweise schon deine komplette Rüste. Oder? 100 Lange, oder? Für eine Rüste. Könnten sogar verzweilreichen schon. Oder für... Für 10 Bohrer. Also... Ich hab mir aus dem Scarlet schon mal angefangen, was sie brauchen. Okay. Ja, ich brauch unbedingt die Kiste. So kennen wir dich, der Evan, der denkt immer nur erst an sich und dann an die anderen. Die Wacht, die für den Hitfchance. Kann es anders, wenn wir überhaupt kein Eisen mehr haben? Wenn in der Kiste kein Eisen mehr ist, dann haben wir kein Eisen mehr. Das ist ja schlimm. Hm. Müssen wir mal in andere Region wieder gehen. Müssen wir sowieso. Das wird schon toll. Aber ne Eisen. Dann wird's Zeit in Cave Links noch... Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass wir nicht mehr Eisen haben. Wo ist das ganze Eisen? Evan, was hast du schon wieder alles verkraftet? Hm. Ich hab gar nichts mit dem Eisen gemacht. Tja, das überhaupt ist jetzt. Jetzt, wo es auffällt, behauptest du es. Da sind noch drei Eisenbast drin. Der Zinn ist jetzt gar nicht mehr so offen. Ja, dann müssen wir einfach mal in alle Gebiete noch mal zurückgehen und mal durchfarmen. Mit den Scarlet-Teilen sollte es super schnell... Oh, das ist eine blaue Feder. Moment, die muss ich mitnehmen. Ähm... Tja. Es wird jetzt schwierig, irgendwas... Ach komm. Die Paprikas müssen weichen. Dudu, dudu... Oh, das könnte ne Juicy-Ader sein. Gut, aber... Dann bald ist meine Spitzhacke kaputt. Sehr schön. Ach ja, ach ja, ach ja. Also das Gebiet endet halt auch gar nicht. Ich weiß gar nicht. Ich habe halt keinen Plan. Oh, was, wie, warum. Denkt dran auch wieder an den Kartentisch mal schnell zu gehen, damit wir die Karten wieder immer synchron halten können. Besonders wenn ich zurückkomme, ich habe da ein bisschen was euch mitzuteilen. Ich bin da schon ein bisschen tief weiter. So, jetzt ist nichts zu finden. Dann gehen wir mal hier runter. Geht schneller als durch die Wände durchhacken. Ich muss jetzt echt strategisch vorgehen, da mein Scarlet Pickaxe nicht mehr ewig hält. Und ich das Maximum rausholen. Ah, Kupfer hätten wir ja auch. Wenn wir jetzt noch irgendwo Eisen hätten, dann haben wir hier... Wobei, ich glaube, ich habe sogar Eisen auf dem Weg gesehen. Theoretisch haben wir hier also alle Erze. Also Scarlet ist auf jeden Fall mehr als vorhanden. Ach, wieder massenhaft Gegner. Pflanzen sind garstige Viecher. So, komm her, mein Freund. In your phrase? In my phrase. Schade. In my phrase. Na, die Gärtner sind freundlich, wenn sie sterben. Dann müssen sie manchmal Loot da. Also, ich komme wirklich gepackt zurück. Das wird toll. Ich glaube, das ist ein Ring, oder? Na, was ist das? Wahnsinniger. Petal Ring. Aha, sieht gut aus. Oh, wo geht's hier denn hin? Oh, ich sehe doch einen. Wieso? Es ist kein Wahnsinn. Es ist Loot. Loot, Loot. Ach, da ist ja Eis. Komm, ich bin so. Haben wir doch Eisen. Ja, Eisen nicht, aber ich habe eine Eisen-Pies-Karne machen wollen, die aber gar nicht. Ja, stimmt. Da haben wir, glaube ich, einen. Einige ist überdreben. Aber, okay. Gift Schleim. Wir brauchen deinen Loot. So, Gift Schleim. Komm her, ich brauche deinen Loot. Was ist das für eine Arbeitsmoral? Du musst schuften, schuften, schuften. Soll ich das Eisen holen, oder? Ähm, mir ist es egal. Alles ist nützlich. Also ich komme auf jeden Fall mit jeder Menge Skale zurück. Hm. Vielleicht sollten wir doch einfach dieses Schmelzöfen bauen. Ja, bitte. Das wäre gut. Einen für Gold sozusagen. Hm. Einer, der dediziert für Gold ist und einer, der dediziert für Scarlet ist. Das ist keine dumme Idee. So teuer sind die Teile ja nicht. Okay. Wie kostet das Ding? Schau mal. Es kostet fünf Eisen. Yay. Ja, gut. Moment, ich sehe zum ersten Mal einen Baum. Oh, da sind noch zehn Eisen. Cool. Ja, einmal frei. Ähm, gibt es hier eine Feder. Feder, Feder, Feder. Meistens sind so auf den Wiesen Federn zu sehen, oder? Ja, die Ostereier hin. Gegessen. Ganz unten. Nein, ich habe einen Heiltrank genommen. Ich wollte bloß einfach was essen. Ganz unten. Im Blut. Da ist Lutton. Da wird schlecht. 134 Scarlet. Ach, es wird, es wird, es wird. Da will ich eigentlich mal angeln. Ich habe hier meine schöne... Oh, ich habe keinen Platz für irgendeinen Fisch. Warum habe ich eine Müllangeln? Weg damit. So, hier will ich angeln. Nein. Da will ich angeln. So, hier gibt es besondere Fische. Komm her. Okay. Ein Emerald Feather Fish. Äh, wo ist er da? Okay. Can be cooked. Ja, was für eine Überraschung. Weg mit dem Geld braucht kein Mensch. Ich will mehr Fisch. Ich glaube, bei so Fishing Spots, wo man so Fische Tümmeln sieht, da beißt immer ein Fisch. Während woanders eine andere die Chance nicht so hoch ist. Oder? Ja. Möglich ist aber nicht. Azur Feather Fish. Oh. Okay. Food. Neue Fischarten. Jawohl. Verdammt. Und ich habe keinen Platz. Hier, Gras. Gras braucht kein Mensch. Der F an bitte. Ich habe jetzt einen Kommentar erwartet, aber nein. Gras. Das ist süß. Astral Jelly. Ja, das sieht crazy aus. Hat ein Auge. Das Auge Saurons. Okay, cool. Damit, die lassen mich schon wieder ablenken. Okay. Der macht ein bisschen anderes. Achso, da steht Korb. Ich dachte, schon wieder was Neues. Lasst mich durch. Gebt mir ruhig das Holz. Holz ist gut. Nehmt jedes Holz mit. Wenn ihr Holz über habt, gebt es mir dann ruhig später. Ich crafte daraus Fackeln und... Nein, meine Pickaxe ist kaputt. Ich muss zurück. No. Alles noch schneller kunden. Ach, du Schande. Wie viel ich mitbringe. Wie viel Samen ich mitbringe. Ich bin so geladen. Ich muss mich entladen. Seid ruhig, was ist los? Ich bin am Farmen. Äh, äh, Garten-Man. Eine weitere Feder. Ja. Du farmst den Garten. Sehr gut. Also skills deinen Garten-Skill. Ja, das will ich sagen. Und ich brauche ein paar Trink. Äh, ja, da brauchst du Hardberries wahrscheinlich. Nicht. Ich hab's nicht. Schleim müssten wir noch welchen haben. Den müssten wir aber auch irgendwann mal wieder farmen. Beziehungsweise eine Schleim-Farm will ich erbauen. Genau. Andererseits, den normalen Schleim kann man auch gut farmen, indem wir einfach den Wurmweg entlang gehen. Wir haben ein nettes Set zufällig, womit man nicht verlangsamt wird auf Schleim, oder? Äh. Also gut, Stefan. Weil das wäre praktisch. Dann könnte man einfach mal so den Wurmweg außenrum gehen, alles töten, was einem in den Weg läuft. Das haben wir, Dirk. Das haben wir. Das haben wir, das ist gut. Ja, ganz unten in der Kiste, in dem Schlafzimmer. Im Schlafzimmer. Also falls jemand mal hier normalen Schleim fahren will und dabei ranged oder Nahkampf skillen möchte, auch eine Option. Ich sammle hier jetzt noch das Holz und alles, was so einfach rumliegt und dann komme ich wieder zurück. Ah, so viel Schrautequipment. Das will doch kein Mensch haben. Nicht freiwillig. Ich frage mich, ob man auch diesen Dude überall beschwören kann oder nur in einem bestimmten Area. Wie beim letzten. Ich weiß bloß, dass er wahrscheinlich kommt, wenn wir diese zehn Federn kombinieren. Und dann nach Captain Planet rufen. Captain Planet! Habt ihr das früher geschaut, Captain Planet? Nein. Nein. Das ist auch so Marvel-Zeug. Nein, nein. Das war vor. Wobei, Marvel ist schon älter. Das war, oh Gott, wo wir vielleicht sechs oder acht maximal waren. War das, glaube ich, im Fernsehen. So ein Zeichentrick. Nee, wir sagten's gar nicht. Ich hab's geliebt. Aber tatsächlich hab ich auch mal auf YouTube oder irgendeiner anderen Plattform mal nach den Folgen gesucht, um sie wieder anzuschauen. Die sind schlecht gealtert. Die kannst du dir heute nicht mehr geben. Das ist, glaube ich, sofort, ja. Leider. Leider. Also früher als kleines Kind hab ich's gefallen. Da wurde man gleich schon zu grünen Werten erzogen. So, wow, hab auch wieder Holz gesammelt. Sehr schön. Jetzt hab ich keinen Bock mehr. Zeit für die Rückkehr und zu schauen, was man alles erliut hat. Ich hab's geliebt.